Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Tower of Fantasy. Wir hatten gestern schon angefangen, wir machen die Weekly Mission weiter. So, jetzt machen wir das, was uns am wenigsten Spaß macht, und zwar diese Scheißroboterkämpfe. So, jetzt machen wir das, was wir machen. 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 Soooo So, I'm out. 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 I'm out. So, 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 I'm out. I'm out. So, 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 I'm out. Ah nein, ist das gleiche. Gut. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte, da meckert man nicht drum. So, hier muss ich was ändern, am Z2. Oh, nein. Okay. So, haben wir jetzt zwei Rotkerne bekommen. Das ist wunderbar. Okay. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, so, so. So, 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 so. So, so, so. So, 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 so. 3 3 4 5 5 6 5 7 10 Ich habe noch ein Kriegisch. Okay. Wann weiß ich, dass ich zu viele Marken ausgegeben habe? Ich muss kaufen. Da kaufen wir die. Wir kaufen die. Jetzt kann ich jeder darauf sparen. Kommunikationsterminal. Cool aus. Ah, yeah. So, ich müsste dann auch hier jetzt das fertig haben. Ja. Ich brauche 500 Lebenskraft. Ist das nicht das... Doch, ich glaube, das ist das Ding, oder? Ist das nicht... Hier. Doch. Ah, ich muss ja da ein Ding ausgeben, dass ich nicht... Das ist nervig. Ja. Quatsch. Ist jetzt die... ... Ja, Stufe 82. Hat es jetzt gelangt oder nicht? Nee, warte ich auf morgen die zu machen. Wie spät ist es? Ja, ich muss sowieso morgen auch wieder früh raus. Guck mal, äh, ich bin so dumm. So. Ich muss noch 110 ausgeben. Und das ist halt problematisch. So, ich habe eigentlich das zurückbekommen. Ungefähr ein Teil davon, was ich jetzt ausgegeben habe. Wie viele Städte pro Stunde her? Nee. Wann es wieder herstellen in 47 Stunden? Heißt nochmal, was bis morgen müsste genug wieder zusammen sein? Ja, plus ich habe die Dunkelkristalle wieder zurückbekommen, die ich ausgegeben habe. So schön bin ich Stufe 170. Ja, dann habe ich vielleicht nächste Woche den Pass durchschauen. Wie sieht es aus eigentlich mit den... Ziemann, wie viele Kugeln haben wir jetzt? 14. Oh, es fehlen mir noch viele. Ich habe genau 24. Also 24 plus nochmal... Äh... Äh... Nee. 4. Äh... Ja. 4. Hier sind 24. 30. Sind 38. Also fast die Hälfte habe ich. Aber kann ich nicht bei Bekanz irgendwie solche Tränke kaufen? Gibt es da nicht sowas? Hmmmm... Das wäre auch noch billig. Den kann ich noch nehmen. Wir machen jetzt mal auf die Flasche dir. Soll ich jetzt nicht dabei sein, dass wir das Gefühl haben. Die Flasche müssen nicht dabei sein. Ich habe eine Flasche. Ich habe einen Schumann mit den Flasche. Aber ich möchte, dass die Flasche nicht so viel größer sein. Das ist interessant. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, so gesehen würde Sieg definitiv in mein Team passen. Ach du Scheiße, hat die Scheiße. Ach nee. Ja. Gut, jetzt ist ein Schlung. Gut, jetzt ist es ein Schlung. Dann habe ich das unter Wasser gefehlt. Gut, fertig. Hm, aber warte, wenn ich jetzt so überlege. Gut, jetzt ist es ein Schlung. 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 Gut. Gut, jetzt ist es ein Schlung. Bis zum nächsten Mal. Okay. 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 Also bis jetzt war das noch keine Herausforderung. Okay. Okay. Sure. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich stelle mir eine Frage, ob ich das nicht verletzt habe. dass es hier unendlich so weitergeht, bis ich auf zu stark begegnet bin also bis jetzt noch immer keine anstrengung aber wir haben auch keine anstrengung so Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für mich. Er konnte auch mit mir nichts anrichten. Ich denke vielleicht bei 400 wird es anstehen. Das ist der Verstecker. Ah, ich denke bei 300 wird es interessant. So. 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 Okay. Das müsste Stufe 300 sein. Das ist ein Wettbewerb. so was ist 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 auch noch einfach so 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 Das war's für mich. Okay. Ich bin ein Hückel, aber ich bin ein Hückel. Das war's für mich. Auch noch einfach. Schaffe ich wohl die 400 noch? Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Kampfe werden intensiver. Ich werde aber auch langsam müde. Ich werde 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 auch langsam müde. Die Kämpfe werden definitiv schwieriger. Die Kämpfe werden nicht so gut. Das war's für mich. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich denke nicht, dass ich Stufe 400 errauche, weil die Gegner werden langsam richtig stark. Das war's für mich. Das war's für mich. Das wird schwierig, das hier. Das dritte sind mir richtig viele eben weg. Das war noch so richtig knapp, das dritte. Ich weiß nicht, ob ich 360 schaffe. Ich weiß nicht, ob ich 360 schaffe. Ja. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. Das wird langsam eng mit den Gegnern. Das wird langsam eng mit den Gegnern. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist richtig müde jetzt. Das ist richtig müde. Das ist richtig müde. Was? Wie viel Dunkelkristall kriege ich denn hier? Was? 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 He, he, zummehたい. He, 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 zummehたい. He, 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 zummehたい. Ziemattel Okay. Okay, wir haben 20, warte, wir brauchen 1500 für einen Zehner, genau, das wäre dann 1500, 3000, 4500, 6000. 7500, das wäre 50 Pools. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Vielen Dank. Das sind 50 Pools, die ich dann jetzt so habe und habe hier nochmal 15, das sind 65 Pools. Ja. So. Ja, 50, 65. So, momentan sind ich bei 67. Mir fehlt noch 13 Pools, dann kann ich nochmal 80 machen und mit Glück, also mit sehr viel Glück, könnte ich sie nochmal ziehen. Aber nur mit sehr viel Glück. So dann, meine lieben Leute, ich verabschiede mich aber für heute. Morgen können wir gerne da weitermachen. Es hat mich wieder richtig gefreut, dass ihr mit dabei wart. Und dann hoffen wir mal, vielleicht haben wir morgen die 13 zusammen, also die 80 im Ganzen. Und vielleicht können wir morgen schon poolen. Mal schauen. Also, jedenfalls wünsche ich euch eine schöne Nacht und wir hören uns dann morgen. Mal schauen. 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 Vielen Dank.